wirkungsdauer 10 plus zfp sekunden das ist nicht gerade viel oder 9 20 sekunden und ich habe vergessen fix ins kunst zu aktivieren okay vor grimm rein du wirst sterne staub du kugelblitz so dass hier du auf den war nur auch auf den ja wenigstens wirkt der sterne staub du noch ein kugelblitz du ein heiltrank du halb vor grimm du auf den so okay einer ist weg feiris du ziehst dich erstmal zurück du gehst auf den da los folgen auf den da ich noch ein kugelblitz auf den da so wenigstens ist der jetzt mit koano beschäftigt noch ein kugelblitz bitte der von mir liegt es ist nämlich irgendwie teurer als der kugelblitz du brauchst gerade niemanden heilen du lieber ähm doppelschuss auf den da du sternwurf auf den da so du heizt koano du noch ein kugelblitz jawohl du auf den äh vorgrimm wuchtschläge die irgendwie nie treffen ah doch jetzt hat er mal getroffen du kannst ruhig weiter da drauf schießen so ja diesmal schaffen wir das okay weg mit dem du hast das vierte siegel gebrochen lass uns aufbrechen zum fünften siegel unsere Gestalt hat einen anderen Aspekt von uns entsprechen ja von mir aus wenigstens läuft sie so langsam dass wir uns langsam hochheilen können beziehungsweise beziehungsweise feires kann sich mal selber heilen so zum glück hat sie eine ziemlich hohe astralpunkte regeneration im gegensatz zu mir obwohl meine geht auch obwohl meine geht auch und jetzt ist es ein Typ ja toll muss ich mir jetzt Sorgen machen weil du ein Krieger bist ich hoffe mal nicht ich hoffe mal nicht wir kommen irgendwie immer noch nicht an das tor näher ran wahrscheinlich wenn wir die letzten beiden gebrochen haben klatschen wir direkt aufs tor zu oh wieder ein einzelner ja wieder ein einzelner uns ist das symbol für die kühle vernunft benutze eine der kristallspäle um seine kraft zu entfesseln und das siegel zu brechen erst lang kannst du die eale befechter bezwingen habe ich kein problem mit sag bloß jetzt kriegen wir schaden ah kugelblitz wuchtschlag und du beneble ihn mal ok der hat diesmal einen rüstungsbonus so noch einen kugelblitz für dich und dann dürfte das hoffentlich bald mal sein wow das ging einfach du hast das fünfte siegel gebrochen lass uns aufbrechen zum letzten siegel ja von mir aus ich würde gern mit der hauptstory demnächst weitermachen schade dass die tür zum glück bleiben die türen größtenteils verschlossen das eine mal ist zwar was gutes rausgekommen aber ich habe keine lust dass da mal was schlechtes rauskommt doofe hochelfen das ist alles viel zu unnatürlich für einen zwerg wie mich auch wenn ich geode bin ähm da vorne da vorne liegt was hier geht es zum letzten aber hier scheint was hier gibt es thron falle fragezeichen ja falle gott sei dank das war knapp hui 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 äh goldmünze beide geschosskugeln goldmünze goldmünze goldring geschosskugeln so weiter geht's und beim letzten aspekt sind wieder wüschrate warte dies ist das siegel des erzes uns ist das symbol für harte und ordnung benutze eine der kristallsphären um seine kraft zu entfessern und das siegel zu brechen erst dann kannst du die ehre prächtere zwingen okay hoffen wir mal was beste fix ins kunst wirkt zum glück noch äh 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 du ziehst dich mal kurz zurück sag bloß das wirft Gegner einfach mal so um das finde ich jetzt allerdings sehr schön äh du kümmere dich mal um den vor dir feierest du hilfst ihm ja vorgreml noch ein wuchtschlag vorne kann doch kein sternstab deswegen muss es ein gezielter stich tun okay du noch ein kugelblitz das macht wenigstens etwas schaden feieres hat schon wieder keine munition mehr okay wie viel habe ich habe noch mehr als genug wahrscheinlich weil ich nicht so viel verbrauche weil ich wer zauberer als feieres äh vorgreml macht den mal so so okay okay koano ist wieder mal ausgefallen und wenn ich nicht aufpasse fahre ich auch gleich aus so okay ja feieres noch noch äh kommt vorgrimm klar mit zwei das ist okay das ist okay meisterschütze meisterschütze und einmal draufhauen so nach deinem meisterschuss kannst du mal kurz mich einfeieres du schießt weiter drauf bis du wieder gestrahlenergie für einen neuen kugelblitz hast ja was weiche und nur noch einen meisterschuss und dann dürfte es das sogar gewesen sein ach können wir uns auch noch einen meisterschuss okay war nicht mehr nötig du hast das sechste und letzte siegel gebraucht und somit auch den kreis der elemente das portal des drachen steht hier nur noch höre es ab Gesandte des Schicksals so ich habe das portal geöffnet das portal des drachen welches mich zu viel erinnern am löwenturm bringen wird ist nun gangbar gemacht ich sollte mich beeilen zu ihm zu kommen ja sollte ich auf jeden fall damit ich von hier verschwinden kann wobei ich hoffe mal am löwenturm muss ich wieder gegen diener des namenlosen kämpfen das wird vielleicht nicht so toll oh der ehrende wächter der wartet da auf mich wie der das sagt der kreis der elemente er ist gebrochen das war's doch du nicht wahr äh ja verzeihe aber ich habe keine zeit für erklärung ich muss auf dem schnellsten weg zum löwentor einem entrückten torwaller in deiner schlacht gegen die namenlose horde beistehen mhm na schön du musst nur durch das portal des drachen treten es wird dich zu deinem ziel bringen na das hoffe ich doch abdank ich hoffe ich bin nicht zu spät ich fürchte das wirst du erst herausfinden wenn du hindurch gehst aber was dort etwas kommt durch das äh ja was denn ein hordenkrieger hordenkrieger genau das hatte ich eigentlich befürchtet äh vorgrim vorgrim wo bist du hilf mir mal mit dem hier direkt vor meiner nase den kann ich nicht da nämlich nicht gerade nicht gebrauchen ja war ja okay eine ist schon mal weg so der zweite ist weg die fallen zum glück wenn ich zauber ziemlich schnell wenn ich denn mal zauber natürlich irgendwie sind gerade alle ein bisschen lahmarschig so und der letzte noch gut ein einfacher verband und ein fell fetzen die einfachen verbände die nämlich wenn die von da kommen wo du hin willst ist dein freund sicher dankbar wenn du dich beeilst leb wohl gesandter des schicksals naja der hat auch einen tollen Humor so was hast du auch nur ein fell fetzen ich könnte aber noch ein paar verbände brauchen oder eine goldmütze ja so erstmal quicksave und dann durch das tor durch richtiger autosave wurde schon lang keiner mehr gemacht und ja auf dem sHmm so ne n Untertitelung des ZDF, 2020